Kommt im November nach Berlin und sei dabei, erlebt mit was Gott tut, erkennt wie wichtig es ist, dass gerade eine junge Generation an der Seite Israel stehen sollte. Mein Name ist Gottfried Bühler, ich bin von der internationalen christlichen Botschaft Jerusalem vom deutschen Zweig. Und was ich in diesen Tagen sehr faszinierend finde, ist wie weltweit eine prophetische Gemeinde aufsteht und an der Seite Israels steht. Seit Israel vor 65 Jahren wieder zurückgekehrt ist in ihr eigenes Land, sehen wir mit unseren eigenen Augen, wie sich die prophetischen Aussagen, die über zweieinhalbtausend Jahre alt sind, erfüllen. Aus diesem Grunde lade ich Sie herzlich ein, im November in Berlin dabei zu sein bei dem Israel-Kongress und mitzuerleben, was Gott tut. Seid dabei, ich lade euch ganz herzlich ein. La 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 Bis zum nächsten Mal.